Hey Leute, ich wollte nur sagen, mein Computer bald kommt von Amazon, in jeden Fall, Leute, ich wollte nur sagen, heute ich hab wieder schon wieder Geld ausgegeben, für einen Pi, ich weiß wie viel gekostet, 20 Euro. Mein Witz, das hat 5 Euro gekostet, ich hab mit 20 Euro nur einen Witz gemacht. Und Leute, wir pillen heute Plunstower die Fans oder Plunstower die Sex, ist ein Kumpel, ich hab erst heute gepillt, erst heute gekauft. Ich seh schon, die Leute rein, ein Z-Gappler. Ja, her, nix. Okay, man, wirklich nix, her, dich. Im Fall, sollte jetzt das gehen und, Leute, wir anfangen, das ist ein Peel mit den guten alten Affis. Und, Leute, wir anfangen, da haben wir unsere Affen zur Auswahl, in jeden Fall. Und, da sind unsere Superhelden-Monkeys, in jeden Fall, wo kann man mein Peel ganz normal, wie bei jedem Peel, Peel Geld kaufen. Und, ich kenne Plunstower die Sex, ja, seht, 3 Euro, 3,09 Euro für 35.000 Zeine und 21.000 Euro für 16.000 und 55 Euro für ganz und ganz reich sein. Und, wo ich werde mir vielleicht locker ganz mal für 2,09 Euro oder 3,09 Euro, werde vielleicht mir mal mein Paket holen. Aber, in jeden Fall, nicht für 20 Euro oder für 55 Euro. Und, Leute, da ihr seht, die Monkeys, wo kann man kaufen, ich kann mir leider keinen kaufen. Ich habe nur nicht genug Geld. Und, Leute, ich wollte nur sagen, lasst einen Daumen nach oben, das wollte ich mich sehr, sehr knicklich machen. Und, schaut immer meine Videos an, jetzt genug von Labere, jetzt, ich zeige euch den Map mal. Wir appellieren zuerst auf ganz einfach, dann auf ein Mengswea, wenn ich nicht verlieren werde. Und dann auf Hardcore-Swea. Rotanten. Ja. Ich will appellieren zuerst auf das hier. Und, Leute, jetzt ein Monkey. Boom, 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 cool aussehen. Und die Balance-Counts und Tarten. Die Monkeys kosten 170 Euro. In Wirklichkeit, wenn ich sowas vor, dann Affel kosten, denn ich kaufe mir ja nie einen. Und irgendwann, wenn ich einen so habe. Wow. Und, Leute, habt ihr schon mal einen Affel gekauft? Ein Affel ist teuer. Eigentlich, ich glaube, ein Affel kostet die 200 Euro. Fünf. Oder mehr sogar. Keine Ahnung. Aber jetzt los geht's mit den Ballons. Wir können auch Cell machen, so man nicht so langweilig ist. Jetzt haben wir wieder genug. Bargeld, für die. Jetzt verkaufen wir einen Sniper-Monkey. Wo es snipet. Und, ihr seht, schon. In dem Fall, bei dem Video kommt keine Musik. Keine Sachen. Schreibt nicht wieder an. Bitte, Gabler Musik. Bitte, Gabler Musik. Nee, das kommt nicht bei jedem Video. Und, die Leute sagen, bitte, Gabler. Geht in die Tür. Eine Tonne, 20 Minuten. Und, hier in die Tür wird auch eine Tonne, 20 Minuten gehen. Und wir rumsnipen. Leute, wo ihr wohnt. Ich meinte, in welchem Land ihr seid. Ich will nicht eure Adresse wissen. Oder doch? Und, Leute, schreibt mir nette Kommentare, dann ich euch in dem Video eure Kommentare einblende und immer anschauen. Und dann kommt auch mal ein Video, was ihr euch gewinzen habt. Ihr habt wirklich mal, vielleicht in eine Woche, wenn ihr einen Kommentar schreibt. Ihr habt eine Woche Zeit, um Kommentare schreiben. Und, dann, ihr könnt jedenfalls in seinen Machtzell, Machtzell. Und, jetzt, ja, noch einen Rumsnipen. Wahnsinn. Die sollen schnell sind, mit rumschießen. Ja, muss auch eine Kanone. Es gibt auch solche Eisenballons, wo ich mich daran erinnern kann. Leute, ich habe auch einmal gepielt. Ein einziges Mal. Ohne euch leider. Bitte seid nicht sauer. Wie mal so ein Video von Hulk angesaut. Wo ein Kind sein Dad gefilmt. So green. Und, Leute, ich schau immer bei YouTube manchmal lustige Videos an. Und, manchmal, pläde. Und, jetzt, weiter, Leute. Meiste, Leute, wo heißen, die, weil, wo auch meine Videos anschauen, machen. Richtig pläde Videos. Richtig pläde. Ja, musst mal die anschauen. Die sind so pläde. Da muss man einfach, dreimal lachend an einem Ort. Und, warte. Ja. Und ein Supermonkey für 300. Affektor. Und jetzt, boom, drei, zu, ding. Jetzt kann alles Ultima-Badesell sein. Also. Also. In dem Fall kann man auch so eine Camo-Ballon-Brille kaufen. Von, von, von die Camo-Ballons sehen. Das gibt auch so unsichtbare Ballons. So heißen Camo-Ballons. Sehr coolen Namen. Und, Leute. In meinem YouTuber-Raum. Ich habe mal eine kleine Pinnacle gesehen. Man wird es keine, aber irgendein Teil taub wollen. Und, Leute. Die andere, Leute, in der Zeit schreiben. Hey, Gabler. Kauft mir, kauft ihr mal einen Hund von Tierheim. Ich habe bei Mr. Bean gesehen. Ein Hund kostet bei Tierheimen 60 Euro. In dem Fall, Leute. Ich werde ihn ja mal und kaufen. Ich habe nicht so hier Platz. Schreib nicht wieder ein Z. Gabler. Sag deine Nummer von deinem Zuhause. Leute. Macht das nicht. Nein. Da wieder ein Z. Oh, ihr könnt mich sehen. Oben, oh. In dem Fall. Ganz klein. Hey, Gabler. Sag mir deine Heimnummer. Dann werde ich zu dir mal kommen und mit dir ein Video drehen. Leute. Das gibt auch bei mir Autogramm-Tunden. Und ihr könnt gehen. Nur ich wollte sagen, wenn ihr zu mir geht, zu den Autogramm-Tunden. Nehmt jeden Fall Geld mit. Die kosten auch. Und die eigentlich nichts kosten. Ihr weißt, wie viel die Autogramm-Tunden kosten. Für eine Person eine Autogramm-Tunde. Ich hoffe, ihr habt trotzdem zu die Autogramm-Tunde 2 Euro für eine Person. Und ich hoffe, ihr habt nicht zu teuer. Und Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr zu meiner Autogramm-Tunde geht. Mein Witz. Das kostet gar nichts. Habe ich zu viel gesagt mit. Das kostet, ich glaube, 2 Euro. Und Leute. Wir holen noch eine Kanone. Kanone sind gut. Kanone sind gut. Und Leute. Ich muss echt sagen. Und ich mache euch mal richtig Blitz. Leute. Ein Hund bei Tierheimen für 60 Euro ist echt billig. Ich habe gerugelt. Wie viel kostet ein Hund? Nicht bei Tierheimen. Aber wie viel kostet das? 1.000 Euro. Wenn ihr schon mal wollt, einen Hund kaufen bei keinem Tierheimen. Ihr weißt jetzt. Kostet 1.000 Euro. Und wenn ihr die habt, bitte ausgibt die nicht für ein Hund. Und dann ihr könnt bei Tierheimen gehen. Ich war noch nie bei Tierheimen. Dann ihr könnt gehen. Ich glaube, das ist ein Mengen weiter. Aber dann ihr könnt da hingehen. Und ein Hund kostet nur 60 Euro. Ich wollte gerade als Witz wirklich sagen 60.000 Euro. Das war nicht lustig. Witz. Ich weiß. Ich weiß. Unwitz war nicht lustig. 40 Top-Main-Bitur. Ich muss mal ein bisschen machen und schauen, ob mein Paket angekommen ist. Okay, das habe ich geklingelt. Ich knimmelt. Gott. Warte, das wird ein wenig dauern. Das wird ein wenig dauern. Leute. Ich bin wieder. Dann Paketmann. Ich habe gesagt, das ist nicht ein Paket für mich. Ich habe es immer. Ich habe es immer. Manchmal kommen auch Pakete für meine Nachbarn im Fall an. Und jetzt ist wieder ein. Ich habe schon ein Regal. Und hier sind zwei, drei Pakete. Mann, Witz. Das war ein Paket für mich. Ein Paket. Ihr fragt euch, was war da drin? Denn... Ich sag euch mal selten. Ein Paket für mich. Passtur, wo leider meine Sohle kaputt sind. Und war noch. Auch affekt teuer. 30 Euro. Die bei Gucci-Kosten Passtur 300 oder 200 Euro. Und Leute. Ich kaufe mir gerade die Kanonen für mich. Vielleicht kann ich mir verkaufen. Okay. Ich habe gedacht, voll so wenig Dürr. Und ich kaufe mir mehr Kanonen. Die auch jetzt besser aussieht. Und ich hole mir noch so einen Akku, wo die Dazis. Wow. Leute. Es tut mir leid. Wir gehen ganz leise auf. Toasteln. Und Leute. Wir kaufen im Affen schon eine Brille. Dünn. Wer denkt, für was ist die Brille gut? Ich hätte sie erwähnt. Weil sie in den Carbo-Ballons kommen. Man kauft da Geld für die Brille ausgegeben. Und Leute. Da haben die Brille ganz normal. Alter. Das waren gerade viele. Wir holen noch so was. Und. Ich kaufe mir noch eine Kanone. Kanone. Habt ihr schon mal eine Kanone in Wirklichkeit gekauft? Es war eine teuer. Ich wollte mich schon fragen. Ich habe noch nie eine richtige Kanone gekauft. Leute. Wir können noch in den Regen. Ich habe noch eine Kanone in Wirklichkeit gekauft. Und Leute. Ich habe noch eine Kanone in Wirklichkeit gekauft. Zwei Paar für 80 Euro. Oh Mann, das war so ein Slime-Ball. Wo ist mir eine kaputt gegangen? Gerade bei Bethel. Ich will meine 40 Euro zurückhaben. Meine 40. Das war so viel weg. So ein Slime. Ich habe jetzt nur noch eine meine 40 Euro für so einen roten Subrik. Wählen wir nicht. Ich bekomme dann ich. Und vielleicht mit irgendwas anderes Geld verdiene. Und. Warte. Let's go. Eine Kanone kaufen. Let's see. Kanone. Eifer. Bisse. Und Leute. Ich glaube wir brauchen noch ein Sniper. Wir haben viele Sniper gekauft. Eine Kamoballons Fernsees. Eine Kamoballons Fernsees. Und ich habe das jetzt schon meine Ami. Als wir kaufen irgendwie schon Meils. Aber ich kenne gar nicht. Und jetzt ist das dahinter einmal. Okay. Die Balance macht dann langsam aus. Ich weiß nicht, ob irgendwas gekauft wird. Okay. Als wir haben heute. Solltet einen ein Affenbuch. ich werde es einmal verkaufen irgendwo anders hin setzen die da es gibt auch boote wo kann man denn eine wassermelkleider nur setzen die eisenballons ihr seht die kommen auch ganz easy auch kann leider nur die kann ich habe gesagt ich habe gerade gesagt das war großes muss euch leider dieses mal enttäuschen ich hoffe ihr ja trotzdem jetzt einen daumen nach oben gibt jetzt kauf sehr cool jetzt wird das und leute er kauft ich muss gewinnen ich will auch gewinnen es ist nicht so ich will gar nicht vorher kaufen wir machen ich muss noch mehr mit camo ballons aus patten ich weiß jetzt werden die kamen bei uns ich will auch ich will auch ich will auch ich will auch gleich sogar fahrt sich mit einem map zu spielen dann kommt eine andere weiter jetzt kommen weiter und danach wir pielen auch ein wenig her das wir pielen jetzt nur auf baby leicht auf jeden Fall und danach wir pielen auf ein wenig schwer ein wenig schwer wie das nur anders aussehen ein wenig ein bisschen anders incoming nein alter easy going easy going easy easy wir haben eng einen neuen freigeschaltet und 15 scheine bekommen nicht so viele für 21 minuten zum pielen was wir machen jetzt machen war das fertig ne das geht weiter da kann man noch weiter planen wie weit man kommt wenn ich jetzt verlieren werde dann es hilft wie weit ich kann kommen ich werde ich werde kommen ich werde kommen ich werde es sind ich werde englisch da wird jetzt wir müssen einen fliegerort finden da steht jetzt wird man anzeigen wo fliegt äh, hallo wird man anzeigen, wo fliegt hallo, ich wollte dich ok da wird man nicht die roh ist gerade ich zeig, wie kann man aussehen, wie die fliegt ja hallo geht dann auch irgendwie anders zum fliegen hallo wartet dann dann jetzt da kann man auswählen muss man lassen und dann einen anderen fliegerort machen wie da ok ich habe einen helikopter gekauft wie ein den fliegerort dann ist das jetzt schon besser das und wir kaufen zweifel und zweifel und auf jeden Fall jetzt wir haben das gekauft sehr teuer war und Leute wir kaufen das und das ist gut wir können noch ein super monkey kaufen was ich jeden Fall auch mach dein super monkey noch hin einfach als sicherheit ich habe 5 euro gekostet das hat sich ich habe einfach von in den wort geklaut freunde liebe zusauer die abhören heute roblox da ich jeden fall ja finde ich mich an hier in die roman oder nicht freunde ich bin wieder ein roman und leute ich ich habe schon dreiunddreißig subsriber wenn ihr will schon wissen wieviel subsriber habe 33 subsriber leute ich bin nicht den bekannsten ich würde mich freuen wenn ihr mich ein wenig bekannter macht daumen nach oben gibt subsriber und dann ich würde mich mega mega freuen und ich will bei den video maximum 1000 daumen nach oben sehen in woche in einer woche ich will da 1000 daumen nach oben sehen sagt euch alle freunde denn gabler bei einem supermankey video 1000 daumen nach oben sehen jede woche sagt dass eure alle freunde wenn ihr nur nicht wenn ihr nur nicht mich kennt neu auf dem kanal sein kann ich wort jetzt schon abonnieren dann gibt es immer viele videos und noch mehr videos an auf dem kanal sein kann ich alles auf dem kanal ist es keine lehnen polieren wir haben fast unsere hälfte von leben verloren nicht so gut nicht so gut ich muss irgendwas bringen die kamen ballons machen alle auspacken den kamen ballons letztlich mal ich mache leute jetzt sehe ich so tag meine armee legt nicht mit mir an kamen ballons die ballons sind ganz bis also kein ballon mehr sieht man da ich glaube ich habe einen übertrieben ich habe gar nicht nach homo also boom boom soot 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 sootin sootin gut jetzt da da ist sie da ist sie nein nein die ballons fast durchkommen nein okay ich mach noch mehr ich hab dich übertrieben okay leute ich bin wieder da ja okay okay leute ich mach bei dem video muss sickchen fahr aber ganz leise zu mir und nicht noch her ihr habt das getroffen jetzt mach eine lachzeichen und dann sag danke gabla das war dein ganzes video ich werde dich abonnieren bei alle videos jeden fall ist ganz nett denn aber der schreibt schon mal sehr kommentare oder ein z und einer schreibt hey gabla wie kann man im fall mitglied werden Leute, ich weiß auch nicht so ganz genau, wie man Mitglied werden, da muss man irgendwie rumsuchen, rumtricken. Hey, wenn du genug rumsuchst, dann wirst du so ein Film-Mitglied-Packen. Jetzt sehen wir hier. Jetzt heißt es, ich fühle meine Ausgabe. Ihr seht, let's do this. Gut. Gut. Und gut. 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 Leute, ich habe fast 300 Videos. Junge, ich habe sehr viele. Solche. Alter. Wir sollen ja den K.O. machen. Alter. Jetzt. Hey. ok wer kann das mal kaufen jetzt boom 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 ja immer sie sind ja ja gib mir deine alle moneten oder oder batzen was ich mach da ich mach wie ein gangster in deinem video alter alter nicht so cellbomben wo ihr mit hin wo ja dass ihr sagen kennt ich mache schon so viele sniper sollen mir dann leben retten ich mache die alle auf kamo ballons sogar nicht nicht das mit kamo ballons getrickt dann ich habe mit sicherheit zwei mal mehr von die jetzt kommen auch viele kamo ballons deutlich habe jeden fall im internet gelesen wenn man denn das pil dann kommen mal jeden fall 200 kamo ballons von einmal deswegen ich mich so austatte der boom jetzt boom der boom soot zu heute jetzt kommt musik festings dann ein uhr sein uhr was kann ich eigentlich dies das war nicht richtige jetzt Musik Hey, put me up, you put me up, you libo, a libo. Leute, wie fandet ihr die Musik? Wurde ich gerade vorgepeelt. Mein Witz, das ihr habt selber geschungen. Ich bin ein richtiger Sänger. Ich bin kein Sänger. Jetzt Boom, die Sniper richtig abschießen. Und haben ja richtig viel Geld verdient. Ihr seht. Jetzt Boom, Boom. Incoming. Okay. Jetzt Boom, Boom. Kaka. Das ich wollte nicht lassen. Das ich wollte. Jetzt Boom. Überall sind Sniper. Kein einzigen Platz ohne Sniper. Darf er nicht fehlen. Auch das Sniper. Da auch. Da auch. Ein Zehn. Todes. Alter, wie ihr alles seid down bekommen. Ihr seht mal. Hier sind viele Snipers. Und auch schon wieder Geld verdienen. Junge, Junge, Junge. Wie viel wäre es ja vergehen. Leute, ich wollte nur sagen. Ihr müsst echt froh sein, zum ehren ich das bekommen. Ich hab mal eine Pinne gebissen. Ich hab mal eine Pinne gebissen. Ich hab mal eine Pinne gebissen. Albträume. Alter. Alter. Ich hoffe, keine Pinne sind nicht. Und ich hab mit meinen. Und, Leute. jetzt wir aus hatten ein anderes schreiben wie wurdest du wieder geheilt mit englisch eine creme ich weiß nicht mehr wie die heißen wie habt ihr kenne der heißt jeden fall und boom 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 jetzt boom und ich sag nur jetzt boom ich habe richtig viele wo mir jetzt helfen wenn ich nicht gewinne ich habe für die sehr viel ausgegeben und jetzt kommen die eisenballons manchen ich sollte mich lieber austatten mit die kanonen manchen ich bin sowas von tod ich weiß und ich weiß ich kann mich für 300 wiederbeleben ich kann mich für 300 wiederbeleben das waren 115 eisenballons ich soll mich für 300 wiederbeleben oder nicht ja oder nein ich mache das nicht ich gebe kein geld aus noch und leute jetzt wir spielen eine andere map hin weil so eine wo sehr cool aussehen wir spielen auf medium aus medium wo wir machen was ich soll zuerst ein sniper den fall ich habe auch mit dem fall ich habe auch mit dem mehr geld bei dem map mal überlegen ich überlegen ich überlege ich überlege ich überlege ich überlege okay dazu erst ich hoffe dass nicht die falsche richtung sonst muss wieder die lassen für wie viel kann man die lassen okay schon gedacht und jetzt nicht das war nicht die falsche richtung zum klick war nicht die falsche richtung leute jetzt jeder schreibt und gabler was ist dann noch passiert an deinem arm leute ich habe irgendwas da gebissen und ich das immer noch pia und leute das gibt sehr schlechte neuigkeiten in meinem garten habe ich eine maus oder ratte gesehen ich weiß nicht mehr was ist das maus oder ratte ich weiß nicht mehr schreibt mal in die kommentare wir kaufen gleich eine kanone hey kann ohne kann ohne kann ohne kann ohne kann ohne kann ohne Leute, ihr findet nicht so viele Hautfetzen bei Baden bekommen? Das ist echt viel. Hey Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie viele Hautfetzen ihr habt in Baden bekommen. Ich habe mal bei Baden, jedenfalls ohne Witz, jedenfalls fünf Hautfetzen bekommen. An meine Füße. Leute, Hautfetzen sind echt blöd. Die Hautfetzen, Leute, kann man auch Hautfehler nennen. Ich weiß nicht, was ist eine Hautfetze in Wirklichkeit? Ein Hautfehler? Ich glaube nicht. Die Haut einfach nur ein Weichenbad im Wasser. Und Leute, verkauft schon mal im März. Sehr sehen aussehen. Sucht in Google oder in Amazon März von Gabla. Wenn ihr in Google sucht, sucht März von Gabla. Und wenn ihr auch sucht, dann Amazon sucht einfach März von einem YouTuber. Dann ihr findet mich schon. Dann sind alle März abgebildet von den YouTubern. Dann müsst ihr irgendwie mich finden im März. Und Leute, weil meine März sind nicht so billig. Ich worte jedenfalls, wenn ihr alle Sachen von den März holt, 200 Euro paaren. Nee. Dann ich worte... Leute, wenn ihr Worte meine alle März holt, dann ich worte gleich sogar jedenfalls 400 Euro paaren. Meine März sind nicht so billig. Ein Teaser von mir gleich 30 Euro. Also sehr sehen aussehen mit so einem Gabla-Zeichen. Und das ist auch cool. Und Leute... Und so von mir eine Tassenmärz in eine Tasse als so Gabla drauf. Jedenfalls gleich auch 5 Euro für die Tasse. Und dann gibt es noch von mir Handtassen kaufen. Wo sind auch nicht sehr billig. 50 Euro so eine Handtasse von meinem Zähnchen drauf. Und von meinem Gesicht. Leute... Jedenfalls auch... Jedenfalls, Leute... Das gibt von mir auch noch Sue, wo die Gabla drauf. Jedenfalls für 15 Euro, wo auch mein Gesicht abgebildet ist. So ein Roboter-Gesicht. Ihr kennt doch mein Zähnchen. Und da in jedenfalls gibt es, wo da mein Zähnchen so drauf abgebildet ist. Und Leute... Jedenfalls, ich kaufe mir noch ein paar Kanonen. Leute, ich kaufe mir viele Kanonen. Sehr, sehr viele. Zwei Kanonen gerade gekauft. Wahnsinn, die Kanonen sich mehr lohnen. Aber auch mehr teurer sind. Und... Und... Leute, ich verkaufe auch meinen Märzfuß sogar teuer. Ihr weißt, wie viel? Ein so Kinder-Schul-März von mir. Maximum... Jedenfalls... Auch wieder 20 Euro. Nicht sehr billig. Und... Leute, das kostet auch noch leider... 5 Euro für Sand. Jedenfalls. Dann sind das... 25 Euro. Und... Leute, das wort mich sehr, sehr glücklich machen, wenn ihr meinen März kauft. Oder... Ihr mich abonniert. Wirklich, das wort mich glücklich machen. Und... Leute... Kauft mir... Noch eine Kanone. Weil wir können auch ein... Zell machen. Wir haben schon viele Sachen. Wir können... Sehen auch... Was ist da? Was ist denn da? Hallo? Ist da irgendwas? Okay, ich... Weiß wegen des... Irgendwie hat das nicht... Alter, Leute... Wir sollen das behalten oder... Verkaufen das? Wer kann... Jedenfalls für 500 verkaufen. Ja, ich mach... Sis. 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 Ich wollte nur sagen... Sis. Ja. Kaufen. Ja. Leute... Wir müssen... leider irgendwas... Machen dann. Wir haben schon eine Ecke frei. Und Leute... Da weißt du warum? Ich hab mir die Map ausgesucht. Ihr werdet gleich sehen. Für... Der Hess! Ich hoffe ihr ihr findet... Sehr cool. Ich hab mir ja grad das gekauft. Und Leute... Wir sollen... Schreiben... Kauf auch Kanonen. Wenn... Jedenfalls... Leute... Ich werde mir auch Kanonen kaufen. Alter... Und... Leute... In... Fall... Ja... Pielen... Ja, holen... Warte... Kann... Lone... Leute... Kann Lone... Ist auch gut. Hm... Leute... Ihr findet nicht? Ich mach coole Videos. Ja oder nein? Leute... Ihr macht auch Videos. Ja oder nein? Nein... Warte... Wir holen jeden Fall... noch eine Kanone... Und... Leute... auch das kaufen... für die Camo Ballons... dann kommen... Leute... in den jüngischen Hintergrund... hier... das... sind meine Nachbarn... Und Leute, meine Tür ist schon 50 Minuten gegangen, schon lang gegangen, schon sehr lang. Jetzt buch. Leute, ich mache echt einen langen Video. Ich wollte nur sagen, mein Video geht noch 20 Minuten, bis die Map fertig ist. Ich bin wieder in meinen Raum, in meinen Raum, in meinen Pfleg, wie eine Wesp. Jetzt hört ihr auf. Und jetzt kommen die Eisenballons. Boom! Aha, jetzt ich weiß. Jetzt, wir müssen uns mit den Kanonen vorbereiten. little und Okay,